Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder GTA 5 Castmaps zusammen mit dem Hastix. Hallo. Rechts oder links lang ist jetzt die Frage? Mitte. Eine Map von C.U., der ja immer so krasse Kacke baut. Hier steht zum Beispiel ein fucking Boot. Leu, es ist... Der Tommy krampt mich einfach mal. Ist doch ein Boot, oder? Die erste Yacht. Das ist diese Yacht, die man kaufen klingt, glaube ich, bloß als andere Dings. Läuft bei ihm auf jeden Fall. So, ist doch schön, bist du der Tommy abgedrängt. Hast du da eigentlich gemacht? Hast du den Bezirkten Osiris? Nee, ich hab gar keinen Osiris. Das Dixiert nicht per N, nice. Hat der Osiris? Ja. Habe ich dich gesehen. Mr. Tommy hat auch keinen Osiris, also von daher. Doch, Mr. Tommy hat einen. Äh, nee, es war kein Osiris, es war T20. Ich glaube schon. Echt? Sagt zumindest nach T20 aus. Eieiei, Freunde. Und Raphael, schau zu. Bin ich der Einzige, der Osiris hat? Sirius? Wir sind ja nur zu dritt. Wir sind ja nur zu dritt, weil wir ja nicht viele. Schauen wir mal, was hier jetzt kommt. Ob ihr das dann überhaupt schafft? Nö, hat nicht funktioniert. Haha. Nice, funktioniert bisher. Ja, nice. Ich hab's. Aber so ist da günstlich hinzu. Nein, mach das. Ja, man kann's auch so schaffen. Hast du's? Ich bin grad fast weitergekommen. Muss halt manuell lenken. Dann geht das. Das ist das erste. LOL! Mit der Hauskante, wie geil wird das? Das schafft ja auf keinen Fall alles. Warte, warte Scheiß. Bestandkamera weg. Die fällt da runter. Also wenn ihr das alles schafft, mit dem T20, dann gute Nacht, schöne Gang. Wenn nicht muss da kurz einer lieben, damit die Zeit gleich läuft. Wo ist der Punkt, wo ist der Punkt? Ne, ich flieg vorbei. Scheiße, ich hab's fast geschafft. Hauptsache, äh, Dings, Mr. Tommy Katz anscheinend schon. Er ist nicht hier bei mir. Echt? Aber ich werde dir ganz ehrlich als dritte angezeigt. Ich hab's fast, schreibt er. Fast ist halt nicht ganz. Die Sache ist, wenn man's nicht schaffen kann, kann man's nicht schaffen. Man kann's ja schaffen. Ja, kann man ja nicht. Der Tommy ist schon weiter als ich. Er hat das hier schon. Er wird das so schön. Er ging jetzt rüber auf die Straße. Er hat das Spiel verlassen. Aber er war schon weiter als ich. Ja, einen Punkt weiter, aber danach kommt so richtig crazy shit. Das ist noch Anfänger Modus. Okay. Du schaffst es nicht. Er steigt aus. Ja. Freunde, ich würd sagen, wir sehen uns gleich bei der nächsten Map. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map. Auch wieder Osiris-Freunde. Und diesmal hat, glaub ich, auch jeder einen, oder? Ich glaub schon. Und irgendwer hat sein Teuer noch. Ne, sieht nicht so aus. Und Raphael ist noch hinterher gescheint. Also gibt's jetzt auch Gegner für mich vielleicht mal. Ciao. Sehr gut. Ah, ich bin zu weit geswitscht. Kennst du das? Hast du getrunken? Ne, ist ja aus. Ne, hab auch's gemacht. Exakt. Lol, die Ampel hat mich erwischt. Echt? Lauf bei dir? Ah, ich kann nicht fahren. So, jetzt meine 10 Annäherungsmini-Handing. Nein, 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 nein. Was ist los? Er wird auf mich geballert. Hier liegen Annäherungsminen. Echt? Ja, hat mir ausgeglichen. Weißt du, bist schon im Arsch der Welt. Den nächsten Annäherungsmine kann man nicht ausweichen. Sicher? Ah, ja, okay. Scheiße, ich hab gerade gezielt. Man hört übrigens sein Maus klicken extrem. Echt? Das muss ich mal umstellen. Warum spielst du überhaupt mit Tastatur? Äh, wegen Ballern. Macht gar keinen Sinn. Ja doch, ich kann mit Controller nicht zielen. Spiel mal mit Controller, dann hört man nicht so krass. Oh, was kommt hier? Oh, ho ho ho. Nice. Nicer Jump. See you mal wieder, Freunde. wieder das hingezaubert ich drück mal nix in der röhre mal gucken ob man genau da alles kommt wo man hin soll wahrscheinlich ich bin schon okay hier muss man damit drücken damit man nicht gut geschießt aber alles ist meine alter wie baut er das wie baut er das das ist so genau klappt das ist echt also der see you hat auf jeden fall drauf das map bauen ich würde mich echt mal interessieren wie dann der an so einer map sitzt und der hat ja mehrere davon also der hat ja nicht nur es hat ihm sein hauptding glaube ich wie sein hauptding er macht quasi nur diese maps ich kenne zumindest keine anderen von ihm ja er macht nur so wasser abgefahrenen ich dachte er arbeitet dafür das hauptding jetzt hat es auch jeder geschafft ne ja klar ich bin gespannt ob sie dein ziel schafft ja wer ist explodiert gerade? äh hier Kinchou, Sincho, mir egal wo ist der explodiert? Leute du hast es nicht geschafft? nee, keine ahnung ich gebe nur Gas ist der dann nie explodiert Sincho? nee äh Mr. Tommik war es glaube ich ähm Sincho war doch dritter echt? ok ist der explodiert? ich habe sie hüten gehört jetzt hast du ihn in die luft gejagt Sincho? ja ja da unten auf der weißen fläche war eine andere Smini von mir ja da nur eine lag ist alles gut ah die andere liegt kurz vorm Ziel er fährt durch die geschlangen Linie er hätte ihm Stattami schon auslösen müssen ne ne der ist dann voll am besten nein da lag keine ich wollte noch eine werfen ich hatte noch eine aber der hat irgendwie nicht losgelassen nein ich will die Anja nicht fallen lassen er schafft es noch schade ah ja ja Freunde wir sehen uns gleich bei der nächsten Mal bis gleich so wir kommen zurück nächste Mal Backward-Wallward da bin ich mal gespannt drauf rückwärts-Wallward klingt ja erstmal gut ist halt die Frage ob es auch gut ist ne ich mach jetzt mal ne bisschen andere Taktik gibt's ja alle immer auf mich abgesehen von da fahr ich einfach mal nicht los am Anfang ich bin Schatten nicht gut ich wette nämlich ich wär da oben auf dem Weg nach oben wär ich schon auseinandergeflickt worden da habt ihr es alle geschafft easy nein warum tue ich nicht wenn wir auch mal jemand hier rein sind ich hab nix gemacht geiles Teil bisher oh hier ist rückwärts nein oh er steht im Weg der Tommik BÄM ich hab ihn mega weggekommen hast du das gesehen? ne ich hab das rückwärts nicht geschafft muss man hin? oh man muss hin da lag ne Annäherungsmino wie assi oh da hatte jemand dieselbe Idee wie ich ja was? da liegen Annäherungsminen von wem wohl? da lagen zwei Stücke ja ja eine von Zinscho eine von mir wer ist da hinter mir? äh Mr. Tommix hinter mir naja oh da liegt noch einer auch cool gemacht die Map irgendwie ja er hat sich quer gestellt da vorne ist Crash na da vorne du sagst es jetzt probiert er so auf die Reifen zu ziehen weißt du nicht wie schlimm noch seh ich dich ne ich äh benutze da kann ich die Maus deswegen zieh ich nicht Leute da ist neben einer Annäherungsmino explodiert toll na was mach ich da Freunde da hinten kommt Mr. Tommix was ist da explodiert? keine Ahnung ich nicht zum Glück oh da kommt schon oh da liegt noch eine da ist ein Bremsstreifen wofür misst der Atomic erwischt dich was Annäherungsmine? ich wurde erwischt von Zinscho sehr schön der Pisse direkt nur noch dritte vierte ja please easy mit der Pistole Junge ciao weißt du immer auf die schwachen mit der klassischen Pistole Junge das hätte mich jetzt gewundert hätte ich nach hinten getroffen und was wirfst du da? keine Ahnung probierst du es gar nicht ja eh nur zum Scheitern verurteilt ja ich fahr jetzt auf einem Reifen weiter hast du nur noch einen? aber ich hab dir doch nicht drei Reifen zu schossen ne ich hab noch drei dann fährst du doch nicht auf einem Reifen ja keine Ahnung ist mir egal aber wie schön ich dir den Reifen zerschossen habe so lächerlich das war richtig schön ich hab noch ein Ziel ich glaub ne geht schon geht schon ich hab keine genügt ich hatte keine mehr Freunde wir sehen uns gleich bei der nächsten Mal bis gleich so willkommen zurück nächste Map Golf angeblich seine erste Map mit Findernis-Wallwalt und Golf-Wallwalt und keine Ahnung schauen wir mal was das wird und er hat geschrieben ich hoffe es gefällt gefehlt euch Losers also Losers wenn euch das Video bei mir gefällt gefehlt nicht gefällt gefehlt stimmt ich bin über den ersten Punkt drüber gesprungen wie? aber ich bin nicht der einzige LOL ich hab Mr. Atomic geflippt das ist nice gebaut das ist nicht so nice dass hier Autos stehen aber Verkehr wahrscheinlich am Astix ist also schon unterwegs zum Militärflughäfen ja ganz bestimmt glaub ich halt echt kein Bike-Parcours kein Bike-Parcours ja was mach ich da ich spieg gerade noch rum ach lol dieser Moment wenn du versuchst die Haftbombe zu zünden aber dann merkst du dass du gar keine Haftbombe gelegt hast ernsthaft ja und hallo Heißverkehr fahren Mädels das ist schon mal richtig schlecht Freunde euch cheatet ne also ja aber eigentlich nein so das ist äh noch nicht gut gebaut nächstes Mal setz den Punkt einfach oben hin der pute auf der Straße oder was Jaja Babe und der fährt raus ne ich bin auf dem Dach gelandet Gucken wir mal wie es beim Hindernis World ist hoffentlich ist es da ein bisschen besser weil die Punkte sollten natürlich Freunde immer so sein dass man die nicht direkt easy peasy schicken kann ich komme nicht raus ne verdient ich bin im Garten gelandet und komme nicht raus ja ich kam da auch nicht raus bin nicht rausgeklettert vielleicht liest du doch in mein Auto bin durchs Gartentor gelaufen so jetzt kommt glaube ich gleich der nächste WarRite da vorne ist das schon der Hindernis WarRite oder ist das noch Kinderkacke das ist noch Kinderkacke oh jetzt bin ich noch dritter das hat einer noch nicht geschafft wie Mr.Tomic hey ich mag Laternen nicht ich mag zu viele Sachen nicht teilweise auch die Führung hier im Woi weil das ist vollkommen sinnlos ich meine erste Map ne Gnade vor Recht aber teilweise hätte man das besser bauen können und man will ja auch bei der ersten Map schon Kritik und Tipps oder? ey ne das braucht doch keiner okay mega gedroppt hoffentlich geht es jetzt besser ey was ist das für eine Auffahrt? bei was? bei dem mal einen WarRite hier bei dem auf dem Golfplatz wieder oder was das ist? aber ernsthaft da ist eine fucking Wand? oh man äh ich mag das nochmal Ripple D lockt das schon schnell ich will mitspielen im stream ein na der Punkt ist eh wieder am Boden also 100 pro ist der am Boden aber ich probier es natürlich trotzdem ok das war echt sinnlos läuft es wie vier da inzwischen hm wo ist hier das Loch? ja das ist ja kacke wenn man das gar nicht sieht ne? wenn man raten lässt Rösch findet das Loch nicht alter wie man droppt das ist halt echt so man droppt gar nicht wenn man vernünftig fällt gar nicht vernünftig Ripple D spielt Grand Sift Auto 5 Pfff bald grad echt nicht vernünftig sind einfach unten drunter gefahren hehehe ey ich komm nicht an das scheiß Ding ran lol irgendwer hat es auch schon lol oh nein ich hätte weiterfahren können oh nein was mach ich da ich komm näher an den scheiß ran ich block direkt ja wir haben es ja schon gezäunt alles easy toll ich krieg mir sehr viel ja dann läuft die Zeit lang das ist schön so jetzt bin ich mal ein bisschen dran hier wie süß das ist halt auch probiert ne? was mach ich hier? wo muss man bei den Busch durch? ganz unten unten drunter was mach ich hier freunde? what i am making here? oh jetzt hat er mich erwischt jetzt freut er sich in Keks Keks ok jetzt haben wir es auch ok jetzt haben wir es auch ist dritter oder vierter? dritter jetzt weil Mr. Atomic hier irgendwie respawned hat sind los der hat es schon wieder gepiept so richtig schlecht und jetzt ist da so ein random NPC reingefahren ein random NPC? und MC freuen ja ja egal ich denke das wichtigste der Map haben wir gesehen warum steht Atomic einfach darum? ok muss ich gleich spielen hab ich dich erwischt oder was? ne ja sind schon ja Freunde ich würde sagen wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben und wenn ihr nichts verpassen wollt ein Abo schaut auch bei uns in anderen Videos vorbei bis dahin oder rein ciao ciao